hallo und herzlich willkommen zum neuen video samstag der 18 juni haben kurz vor zwölf sprich seit gut zwei stunden oder knapp zwei stunden ist die dokumenta 15 eröffnet wir schauen hier was ich jetzt getan hat und wie ihr hier seht hat sich nichts getan seit dem 31 mai wo ich die erste aufnahme gemacht hat für die diesjährige dokumenter 15 finde ich ein bisschen schade dass das nicht zur ausstellung nochmals kommt dann schauen wir mal in der stadt würde ich sagen so stattdessen findet man hier eine ausstellung beim staatstheater gehen durch so gras hätte man auch mal nehmen können im vorfeld der wind bewegt die figur hier sehen kann ist das schroldorf so staatstheater geht es nur rein mit einer karte da empfiehlt es sich eher die abendkarte zu nehmen kostet keine 10 euro und überhaupt die dokumenter 15 ist nicht so schön wie 14 also spart euch das geld bleibt trotzdem das video lassen aber da wir sehen uns zum nächsten